Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es schon von den Vorrednern gehört, es geht um das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Die Maßnahmen, die da drin vorgeschlagen wurden, sind durchaus, glaube ich, da spreche ich auch für alle sinnvoll und zum Teil auch notwendig. Insofern ist das Gesetz durchaus zu unterstützen, aber auch das haben wir gehört, die Ausfinanzierung dieses vom Bund erlassenen Gesetzes lässt deutlich zu wünschen übrig. Schwerin und Rostock haben das ja mal berechnen lassen. Schwerin kam dabei auf Mehrkosten von 8,8 Millionen und Rostock von 11,8 Millionen. Und wir haben es ja eben vom Innenminister gehört, das Land macht sich auch einen schlanken Fuß und sagt, das ist ja Bundesgesetz und da haben wir gar nichts mit zu tun, das sollen die Kommunen mal alles schön selbst bezahlen. Auf der Meinung kann man ja natürlich stehen, weil das Konnexitätsprinzip in der Tat dazu sagt, dass es Landesgesetze sein müssen oder Aufgaben, die das Land auf die Kommunen überführt, die müssen ausfinanziert sein. Zu Recht finde ich aber auch, das ist ja kein Pappenstiel, das Geld, was da auf die Landkreise und kreisfreien Städte zukommt, zu Recht klagen Schwerin und Rostock auch vor dem Landesverfassungsgericht, weil man auch bei der Konnexität da durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, obwohl ich dem Innenminister am Ende recht gebe. So eine Vollkasko-Mentalität kann es hier nicht geben, dass wir quasi am Ende auch alles, was der Bund beschließt, ausfinanzieren als Land. Aber auch Schwerin prüft deshalb ja auch oder ist auch dabei, beim Bundesverfassungsgericht zu prüfen, ob es sich hier nicht um einen Eingriff in die gemeindliche Selbstverwaltung handelt. Aus meiner Sicht ist das durchaus gegeben, aber wir wissen alle, vor Gericht und auf hoher See ist abzuwarten, was bei rauskommt. Ich finde, die Klagen werden zu Recht beschwinden. Ich finde, die SPD kann sich auch nicht so einen schlanken Fuß machen hier im Haus. Früher weiß ich, wenn es um so ein Thema ging, hieß es hier immer, die CDU-Fraktion soll am liebsten in Busstärke vor das Kanzleramt fahren und da so lange bleiben, bis das geklärt ist. Da sind wir jetzt nicht mehr in der Verantwortung. Deshalb erwarten wir jetzt auch mal von Ihnen, manchmal hat man das Gefühl, die SPD im Bund und Land, das sind zwei unterschiedliche Parteien. Das muss man jetzt, glaube ich, auch mal zusammenbringen. Das sind Sie jetzt auch in der Verantwortung, die Kommunen hier nicht alleine im Regen stehen zu lassen. Deshalb erwarten wir auch von der Landes-SPD, die auch in der Bund mitregiert, dass sie sich hier für die Kommunen im Land einsetzen, diese Verfahren unterstützen und auch im Bund dafür werben, dass es hier einen ausreichenden finanziellen Beitrag gibt. Insofern ist es aber auf die Klage und auf den Ausgang der beiden Klageverfahren abzuwarten. Deshalb glauben wir, dass jetzt so eine Änderung der Landesverfassung hier der falsche Weg ist und deshalb werden wir diese auch ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Die Linke Herr Nötze. Die Linke Herr Nötze